Wir werden heute die Roboter hinter mir aufwerten. Die ist im Rahmen der Sanierung des Schulhauses vor einem Jahr neu angelegt worden. Jetzt werden wir sie aufwerten mit mehr Bepflanzung, mehr Biodiversität, mehr Stauden, Wildstauden und eine Wildblumenwiese. Ich finde es ist eine coole Aktion, der Tarte guten Tarte und ich wollte mich auch gerne beteiligen und auch mal etwas draussen machen. Vom heutigen Tag nehme ich mich mit, dass ich vielleicht zu Hause auch mal etwas abpflanze und vor allem auch etwas einheimisches. Bis zum nächsten Mal.